Was ist die Glückseligkeit? Die nächste Sache ist die Glückseligkeit, dass man die leere Zeit immer fühlt und keine einfach leer lebt. Diese leere Zeit ist der schlimmste Unglückseligkeitsbringer. Glaubt mir, was machen die Menschen? Oh, langweilig. Richtig? Das ist der Ausdruck von Unglückseligkeit. Das ist der Ausdruck von Nichts tun. Langweilig. Das kannst du bei Kindern. Langweilig. Obwohl es gibt viel zu tun. Aber langweilig. Warum? Weil er will eine Sache machen. Aber er sagt, langweilig. Diese leere Zeit ist ein. Deshalb, was fühlt man? Fühlt man immer diese leere Zeit. Diese leere Zeit muss man fühlen.